Long-Covid-Syndrom. Ist das Ganze wirklich so gefährlich? Wie sieht es aus im Vergleich zu Influenza oder anderen Viren oder Atemwegserkrankungen? Beziehungsweise stimmt es, was die Medien uns eben hier als Panikmache wieder mal verkaufen, dass eben hier Eltern in großer Sorge sind. Long-Covid, Corona-Spätsyndrome auch bei Kindern. Diese Altersgruppe ist zunehmend betroffen. Patienten leiden auch nach Monaten und so weiter und so fort. Ja, wenn man mit Todeszahlen und anderen Schlagzeilen eben keine Panik mehr machen kann, weil die Menschen langsam müde werden, muss man eben irgendwas Neues, Emotionales finden und sagt dann eben, ja die Kinder, die haben dann Spätfolgen. Stimmt das wirklich? Wir schauen uns heute mal die Zahlen an, ob das wirklich eine Erkrankung ist, die 16 Mal so gefährlich ist oder tödlich ist wie eben Influenza. Das Ganze an einer neuen Studie hier, wo man das Ganze mal untersucht hat, verglichen hat von eben Covid-Patienten über sechs Monate gegenüber Influenza-Patienten. Wie hat sich das entwickelt mit den Spätfolgen der Erkrankung? Das Ganze muss man aber auch immer mit Vorsicht genießen. Deshalb möchte ich das Ganze auch erstmal nur grob überfliegen mit euch. Euch mal so die grundlegenden Eckdaten mitgeben und darauf basierend kann man natürlich dann immer noch weiter diskutieren und forschen. Denn es gibt ja immer ein Problem und zwar die Datenerhebung. Wann wurden die Daten erhoben? Und hier sieht man eben von Januar 2020 bis Dezember 2013, 2020. Das bedeutet, auch hier haben wir die erste Welle wieder mit drin, wo man überhaupt noch nicht wusste, wie man die Patienten ordentlich behandelt. Viele Beatmungen waren eigentlich überflüssig oder sogar zu viel. Falsche Medikamente wurden gegeben. Es gab eben keine Medikamente, die man auf dem Schirm hatte, die man gegen die Entzündungen einsetzen kann und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein und deshalb diese Long-Covid-Geschichte, die ist eben dann auch erst interessant oder auch die sonstigen Sterbedaten, wenn das verglichen wird mit der zweiten Welle, wo man eben deutlich mehr Ahnung hatte. Weiterer Punkt, den man hier berücksichtigen muss, ist, dass bei Influenza vorher sehr wenig geforscht wurde. Also bis vor zwei, drei Jahren hatte man diese ganzen Spätfolgen, Nervenbahnen und so weiter. Das war eigentlich immer nur so Nebensache. Wenn du dann ins Krankenhaus gekommen bist, einen Herzinfarkt hatte, hat keine Sau sich dafür interessiert, ob du vor 30 Tagen eine Grippe hattest oder ähnliches. Das hat keiner nachgefragt. Wenn du jetzt aber 100 Tage vorher einen positiven Test hattest, dann gehst du natürlich als Covid-Toter ein und dann sind das auf einmal die Long-Covid-Spätfolgen. Also an der Stelle muss man eben sehr genau aufpassen und deshalb muss man bei dem Vergleich natürlich Covid-Influenza immer vorsichtig sein. Aber der wurde eben auch hier gemacht und dementsprechend für uns natürlich interessant. Also grundsätzlich ist es so, oder das ist hier rausgekommen, wenn man die erste Welle auch mit betrachtet, dass eben Covid eine erhöhte Spätfolgen nach sich zieht. Je nach Spätfolge liegt es eben immer dran, das kann so zwischen 20 und 80 Prozent liegen, so im Schnitt. Also ein Viertel mehr an Patienten haben da Spätfolgen. Das können vor allen Dingen Nervenschädigungen sein, das können Herzinfarkte sein oder ähnliches. Das wurde eben hauptsächlich hier untersucht und hat das dann miteinander verglichen. Und da muss man eben sagen, okay, 16 Mal so tödlich oder so gefährlich wie Influenza ist der Virus jetzt wirklich nicht. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die relativ gesehen, wenn man sich dann eben auch andere Erkrankungen anguckt, doch relativ klein. Also hier Covid gegen andere Atemwegserkrankungen oder Covid gegen Influenza. Und hier muss man natürlich auch gucken, dass Influenza-Viren auch völlig unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Das heißt, ob du jetzt Influenza A oder B hast, das hat natürlich nochmal andere Todesraten und so weiter. Ob du nur Rhinoviren hast oder Sonstiges, das wird eben nicht auseinanderklamüsert. Aber jetzt kann man sich eben hier angucken, okay, wenn einer eben Covid hatte, wie hoch ist dann eben die Sterblichkeit im Vergleich zu Influenza? Oder welche Folgen hat man dann im erhöhten Maße gegenüber Influenza? Das ist dann zum Beispiel hier bei Parkinson oder so 42 Prozent. Und wenn man sich die absoluten Zahlen dann anguckt, dann wird einem klar, dass es jetzt nicht unbedingt der Killer-Virus ist, der dann die Spätfolgen nach sich zieht, die jetzt alle unsere Kinder dann auf einmal tragen. Weil Kinder eben grundsätzlich gegenüber einer Influenza sogar deutlich weniger betroffen sind. Wenn man sich die Sterbefallzahlen bei Influenza anguckt, etc., sind da Kinder noch deutlich mehr betroffen als jetzt bei Covid. Gut, dann kann man sich das Ganze grafisch hier noch darstellen lassen. Dann sieht man hier unten eben zum Beispiel die anderen Atemwegserkrankungen oder in anderen Schaubildern dann eben Influenza. Und hat dann darüber gelegt eben dann Covid und kann das dann miteinander vergleichen. Also wie hoch ist die Chance, dass du dann eben einen Herzinfarkt bekommst oder eben irgendwelche Nervenerkrankungen in irgendeiner Weise. Und da sieht man eben, dass bei vielen Sachen die Dinge doch ähnlich sind wie bei bisherigen Erkrankungen. Also wenn man eine Atemwegserkrankung hatte, wenn man Lungenentzündungen hatte oder sowas, dann gibt es eben einige Erkrankungen, die da eigentlich ziemlich gleich passen, weil die Lunge natürlich nicht mitmacht, Sauerstoffsättigung ist nicht da und so weiter und so fort. Also grundsätzlich gibt es da Unterschiede. Hier ist Covid definitiv gefährlicher als Influenza. Aber ich wage eben auch hier die Aussage zumindest zu treffen, dass es nicht 16 Mal so schlimm ist und dass es jetzt auf jeden Fall nichts ist, womit man eben diese krassen Maßnahmen, die wir haben, in irgendeiner Weise rechtfertigen kann. Wir können uns das Ganze auch nochmal im Detail angucken, denn hier gibt es noch bei der Kohorte, die man ausgewählt hat, also bei den Menschen, die man dafür ausgewählt hat, gibt es da sehr interessante Dinge, die wir natürlich sehen. Was könnte man denn jetzt tun als Vorsorge, damit man eben nicht ins Krankenhaus muss, an die Beatmungsmaschine muss oder eben dann entsprechend verstirbt? Und wenn man sich die Patienten eben anguckt, die eben nicht hospitalisiert sind, die hospitalisiert worden sind, die eben an die Beatmungsmaschinen angeschlossen wurden oder an die Intensivstation gekommen sind, dann sieht man eben ganz klar, dass es hauptsächlich oder vermehrt eben mit einem gesundheitlichen Zustand einhergeht, mit Sachen, die man eigentlich vermeiden kann, beispielsweise Übergewicht. Bei den Nicht-Hospitalisierten sind das gerade mal 16 Prozent, die übergewichtig sind. Bei den Hospitalisierten schon 27 Prozent, bei denen, die nachher wirklich intensivmedizinisch behandelt werden müssen, sind das eben ein Drittel. Also jeder dritte Patient ist übergewichtig. Diese Zahlen könnten wir ohne Probleme senken, indem man eben das Übergewicht abbaut und dann hat man relativ schnell ein gesundes Immunsystem, was eben mit solchen Eindringungen fertig wird. Vor allen Dingen muss man natürlich auch bedenken, wo wir gleich noch darauf einhergehen, dass, wenn man ins Krankenhaus kommt, eben eine höhere Chance hat, auch sich mit anderen Dingen anzustecken. Also Krankenhauskeime etc. Bluthochdruck und solche Geschichten, was natürlich auch damit einhergeht, wenig Bewegung, Übergewicht. Ganz einfach, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Da sehen wir einfach mal, dass es, ja, die Menschen, die ins Krankenhaus kommen, dass es eben 50 Prozent sind, die da schon Probleme mit haben, 62 Prozent, die eben an die Intensiv müssen oder 73 Prozent sogar doch, die noch mehr Probleme damit haben. So, Typ 2 Diabetes. Typ 1 Diabetes ist sogar kaum ein Unterschied hier, klar, ein bisschen. Aber Typ 2 Diabetes, was die Zivilisationskrankheit ist, die wir durch Ernährung in den Griff bekommen, sind es eben auch hier 30 Prozent, die ins Krankenhaus kommen, 42 Prozent auf Intensiv. Heißt einfach, im Endeffekt, du könntest die Hälfte der Menschen ohne Probleme, zack, mit Sport und gesunder Ernährung eigentlich schon wahrscheinlich vor dem Krankenhaus bewahren. Von daher muss man eben ganz klar sagen, dass das ein großer Punkt ist, der hier eine Rolle spielt. Und da kann man noch so sagen, nee, das ist keine vorbeugende Maßnahme, Herr Hegedüß, sondern ganz klar ist das ein Faktor dafür, dass der Körper nicht ordentlich funktioniert und dass ich dann eben eine schwierigere Erkrankung habe, ganz klar belegt in verschiedenen Studien. Viele andere Dinge sprechen auch dafür, dass gerade Zivilisationskrankheiten eben dafür verantwortlich sind, was natürlich einhergeht, auch mit Übergewicht, verstopftem Arterien. Das heißt, solche Sachen wie Nierenerkrankungen und so weiter, wo die Niere dann nicht mehr mitmacht, Herzinfarkte und so. Also klar, das hängt auch alles mit dem Alter zusammen, logisch, aber auch vom Alter unabhängig ist das Ganze dann eben entsprechend ein höheres Risiko, ins Krankenhaus zu kommen. So, aber das nur mal so als kleiner Einstieg hier nochmal, um euch zu zeigen, dass die Schwere der Erkrankung schon mit einem Lebensstil entsprechend beeinflussbar ist und das geht relativ schnell. Da brauche ich keine fünf Jahre, muss erst mal 20 Kilo abnehmen, sondern das Immunsystem ist sehr schnell da, wenn ich eben dann Sport treibe und dann passt die ganze Geschichte. So, hier haben wir dann nochmal die Übersicht über die Gefährlichkeit einer Langzeitfolge, die ich davon haben kann. Das heißt, hier hat man das Ganze nochmal gegenübergestellt, Covid-19 versus Influenza. Und hier muss man natürlich jetzt ganz genau gucken, weil natürlich nicht jeder auf Influenza getestet worden ist, auch 2019, 2018. Das heißt, es gibt noch sehr viele in der Dunkelziffer, die wahrscheinlich eine Influenza hatten, aber dann eben hier nicht mit eingehen, weil sie eben einfach nicht getestet worden sind. Das Ganze kann man eben dann an verschiedenen Dingen noch sehen. Also auch bei Influenza-Erkrankungen war es immer schon so, Kinder am häufigsten betroffen sogar, dass schwere Komplikationen bei Kindern sogar deutlich häufiger waren, was man jetzt eher weniger hat. Das heißt, die Kinder sind mit Covid eigentlich wahrscheinlich sogar sicherer als mit Influenza. Und hier hat man eben auch gesehen, dass sehr viele Kinder von verschiedenen Sachen eben betroffen sind. Das kann von irgendeiner Lungenentzündung über Nerven, Bahnerkrankungen bis hin eben zu sonstigen bakteriellen Entzündungen, die sich natürlich aus der ganzen Geschichte ergeben. Das bedeutet, wenn ich eine Viruserkrankung habe in meiner Lunge beispielsweise, kann es sein, dass dadurch, dass eben die Schleimhäute geschädigt sind, dass dadurch die Viren die Bakterien auch besser Fuß fassen, gerade natürlich im Krankenhaus bei Beatmung und so weiter. Und damit natürlich eine Ko-Infektion quasi mit Bakterien dann eher zu den Folgen auch führt, die wir dann eben auch hier sehen. Wird auch hier in einigen Dingen nochmal ganz klar gesagt. So, dann kann man sich eben angucken, verschiedene ältere Artikel auch zur Influenza-Grippe, wie das Ganze dann eben gemacht ist. Man könnte jetzt auch schauen, was wurde denn bei Influenza-Präventiv zum Beispiel gemacht, also antivirale Medikamente geben, das Nasenspray, was ja auch in den Medien war und so weiter und so fort. Also da haben wir schon deutlich mehr Möglichkeiten, jetzt auszuprobieren, anstatt eben immer nur auf die erste Welle zu gucken. Komplikationen bei Influenza-Viren gab es schon zu massig. Da gab es eben auch hier die Schichten der Atemorgane, die sich dann eben entzünden, also das, was wir jetzt eben auch als Lungenentzündung dann haben. Das Immunsystem wird dadurch natürlich geschwächt. Dadurch haben auch andere Viren oder Bakterien natürlich mehr Chancen reinzukommen. Und dementsprechend war es auch bis jetzt immer so, dass Influenza-Viren sich eben auch in der Lunge, Herz oder Gehirn eben ausgebreitet haben. Und ja, wenn wir uns mal ansehen, dass eigentlich fast jeder von uns ein Herpes-Virus, Epstein-Barr-Virus in sich trägt, der aber auch laut neueren Studien eben dann zu Folgeerkrankungen führt, ja, dann könnten wir eigentlich einen PCR-Test machen auf den Epstein-Barr-Virus und würden bei jedem oder bei fast jedem das feststellen und könnten dann sagen, okay, der war jetzt der Auslöser dafür. Weil egal, welchen Virus wir uns angucken, wir haben, ich glaube, es waren 400.000 alleine im Darm verschiedene, dass alle, die irgendwie ein Auslöser sein könnten für diese ganzen Erkrankungen und keiner hat vorher einen Larry daraus gemacht. So, weiter Grippe mit Langzeitfolgen, hier auch 2008 zum Beispiel. Es ist bekannt, dass das Gehirn auf Infekte reagiert, aber bisher hat noch niemand untersucht, was danach passiert. Genau das, was ich eben gerade gesagt habe, es hat vorher keinen Larry interessiert. Woher denn jetzt dein Schlaganfall kommt oder dein Nervenabbau im Gehirn oder sonstige Sachen, hat vorher niemanden interessiert. Aber jetzt bei Covid wird eben jeder Patient akribisch dann irgendwie untersucht und es wird gesagt, oh, du hattest vor fünf Monaten mal Covid, ja, das kann eine Langzeitfolge sein, dass du jetzt einen Herzinfarkt hast. Woher möchte man das wissen? Das ist eben die Frage, weiß man nicht. Aber es wird einfach rausposauen, ja, das ist Long Covid. Und das sagt man nach ein paar Monaten, wo man noch nicht mal irgendwelche Langzeitdaten hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eben die Verarsche an euch da draußen, die die Medien jetzt machen. Das ist wieder Propaganda, Panikmache, weil wissenschaftlich gesehen kannst du so eine Aussage eben überhaupt noch nicht eindeutig treffen, aufgrund der Problempunkte, die ich gerade genannt habe und die wir eben hier auch sehen, weil es vorher diese Untersuchungen eigentlich gar nicht gab. Virusinfektionen stehen zudem im Verdacht, verschiedene neurologische Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit und Depressionen auslösern oder fördern zu können. Auf die Lebenserwartung eines Menschen hochgerechnet würde der Erholungsprozess einige Jahre dauern. Also hier hat man das am Mäusen getestet, aber bei Menschen weiß man es ja genauso, habe ich auch in meiner Quellendatenbank gezeigt, dass Menschen auch mit Influenza, auch die Sportler, die eine schwere Grippe hatten, Lungenentzündungen hatten, Gelbfieber hatten oder sonstige Virenerkrankungen, dass die einfach ihre Leistung eingebüßt haben für ein paar Monate und einige damit eben sogar noch jahrelang Probleme haben. Das ist einfach in der Natur der Sache, dass man sich entsprechend in der Natur bewegt und bestimmte Dinge, wie zum Beispiel ein gesellschaftliches Zusammenleben, in Kauf nimmt als Gegenleistung oder als mögliches Risiko, dann eben auch solche Dinge hat. Das war vor Covid schon so, das wird danach so sein und das wird auch bei jedem anderen Virus so passieren. Grippe-Risikofaktor, Komplikationen und Todesfälle. Bei den Komplikationen stehen Lungenentzündungen, also genau das, was wir jetzt auch haben, im Vordergrund, die in drei Kategorien eingeteilt werden. Und da gibt es eine interessante Kategorie, bakterielle Pneumonie nach Superinfektion, also zum Beispiel Krankenhauskeime. Wenn ich jemanden in die Intensiv fahre oder ins Krankenhaus, Italien, die stehen alle irgendwo nur auf dem Gang rum, weil man sie nicht zu Hause behandeln möchte, dann ist es natürlich so, dass sie entsprechend dort relativ schnell mit irgendwelchen Superkeimen infiziert sein können, die sie dann töten. Das war nicht der Virus, sondern dadurch, dass ich den Patienten dann vorschnell ins Krankenhaus gebracht habe, vorschnell den Schlauch in den Hals gerammt habe. Dadurch kann es eben auch passieren. Daten dazu sind natürlich schwierig, aber die Zusammenhänge kann man eben schon vorher auch hier an Influenza zum Beispiel klar machen, dass das eben passieren kann. Die geschädigte Atemwegsschleimhaut ist ein idealer Nährboden für Bakterien, die nun ungehindert eindringen können. Also genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Das ist ein Artikel 2017 hier. Jetzt kommen wir nämlich zu den Krankenhauskeimen, die natürlich dann, jetzt wo alle Menschen auf einmal ins Krankenhaus gekarrt werden, wo wir die Betten noch abbauen, damit man schön diese 80% Auslastung hält, weil man dann erst Geld kriegt. Also da muss man auch mal schön genau hingucken. Wo man dann eben einen Larry macht, weil jemand mit Covid da liegt, den völlig abschottet, was man vorher bei Influenza überhaupt nicht gemacht hat, was überhaupt gar kein Ding war. Was bei Krankenhauskeimen überhaupt gar kein Ding war. Ich wüsste nicht, dass irgendwie mal in der Zeitung stand, ja hier die Patienten mit Influenza oder Krankenhauskeimen, die müssen jetzt voll auf eine Isolierstation, wo die Pfleger dann eben entsprechend in voller Montur rein müssen. Das macht man jetzt erst. Und deshalb wird eben der große Larry jetzt gemacht, dass eben dann die Intensivstationen natürlich jetzt schreien, dass wir sind so belastet und so weiter. Ja, dann sollte man mal überlegen, dass man vielleicht dann das Personal in irgendeiner Weise hält, denen mehr Geld gibt, die ausbildet etc. Aber was sollte ich mich aufregen? Es ist halt so. Wir haben jetzt als Gesellschaft so entsprechend dazu entschlossen, die Krankenhäuser zu privatisieren, denen Geld zu geben, wenn sie Betten frei halten. Dann bauen sie natürlich Betten ab, wenn sie ihre 80% Auslastung halten müssen, weil das kostet. Und dann beschweren wir uns wirklich, wenn irgendwann mal sowas passiert und die Menschen dann eben keine ausreichende Behandlung bekommen? Nein. Ich sage nein. Wir haben das als Gesellschaft so beschlossen, dass wir das so tun. Wir wollten die Privatisierung, wir wollten Geld sparen und jetzt kriegen wir die Quittung dafür. Und das müssen die Menschen dann eben bezahlen. Das ist ein gesellschaftlicher Schaden, der entsteht. Wie gefährlich ist eine Infektion mit Krankenhauskeimen? Und jetzt kommen wir nämlich zu der hohen Übersterblichkeit auch bei der ganzen Geschichte. Also hier gibt es in Deutschland etwa 500.000 Menschen pro Jahr mit Krankenhauskeimen anstecken und sogar 15.000 an den Folgen sterben. Das sind jetzt natürlich Corona-Tote, die noch obendrauf kommen auf die Sterblichkeit. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass die Übersterblichkeit, die wir haben aktuell, natürlich der größte Teil davon dürfte dann wirklich Covid-Patienten sein. Aber da obendrauf kommt mit Sicherheit auch noch sehr viele Menschen, die eben falsch behandelt worden sind, zu früh beatmet worden sind, Krankenhauskeime sich eingefangen haben, die wegen Immobilisierung dann entsprechend Muskelmasse abgebaut haben, Immunsystem abgebaut haben, die Menschen übergewichtiger geworden sind, die ganzen Kollateralschäden, die uns jetzt an den Hacken hängen werden, die werden alle noch obendrauf kommen bei der Sterblichkeit. Und das ist entsprechend der Regierung zu verdanken, dass wir diese ganzen Toten haben. Hätten wir wahrscheinlich nicht haben müssen, wenn man eben adäquat laut Studien entsprechend gehandelt hat. Die häufigsten Folgen sind Atemwegserkrankungen oder Harnwegserkrankungen, Wundinfektionen und Sepsis etc. Also Atemwegserkrankungen kennen wir doch irgendwo ja. Also hier auch entsprechend Krankenhauskeime. So, und dann gibt es ja immer noch Leute, die sagen, ja, du kannst aber nicht Influencer mit Covid vergleichen, blablabla, ja, das machen die ganzen Studien, das macht das RKI selber, also labert mich nicht voll, dass man das nicht miteinander vergleichen kann. Selbstverständlich kann man das miteinander vergleichen zu einem gewissen Grad, wo das funktioniert, wo wir die Daten haben. Wie wir gerade gesehen haben, haben wir eben gar nicht so viele Daten zu Influencer und den Spätfolgen. Das heißt, hier muss man sich dann eben darauf verlassen, was man durch kleinere Studien dann eben auch hat. Und das geht eben in die Richtung, die wir jetzt auch Long-Covid haben. Da gibt es dann eben die Sache, dass wir dann nicht die Panik machen müssen, die viele jetzt eben machen. Es wird dann eben immer gesagt, hier, warum ist das nicht vergleichbar? Corona, kein Schutz vor Ansteckung durch Impfung. Ja, aber die meisten Menschen waren sowieso vorher auch bei Influencer nicht geschützt. Erstmal war es nur die Risikogruppe über 65, die sich impfen sollte. Davon war der Schutz dann auch nur zu 50% wirksam. Also auch nur eine relativ kleine Gruppe, die dann wirklich geschützt war von jungen Leuten. Ich war nie bei einer Grippeimpfung. Corona und Epstein-Barr-Virus und so sowieso nicht. R-Wert höher, ja, das war am Anfang vielleicht so. Der sinkt aber auch dann irgendwann mit der Zeit. Und natürlich mit neuen Mutationen kann der R-Wert wieder höher gehen. Aber man wusste da eben auch überhaupt noch nicht vorher, weil man noch nie wirklich jeden auch durchgetestet hat bei Influencer. Jetzt muss man ja sagen, man weiß ja, dass bei Influencer jeder Fünfte infiziert ist im Jahr. Positiv. Jeder Fünfte. Und dann kann man sich vielleicht mal überlegen, dass es doch ein bisschen höher ist, als man eigentlich denkt. Sterblichkeitsrate höher, das ist mittlerweile ja auch durch neuere Untersuchungen widerlegt. Wir nähern uns ja dem an, was eben einer ganz normalen Influencer-Grippe entspricht. Und dementsprechend kann man hier eben auch bei der Sterblichkeit irgendwann sagen, wir haben die Behandlungsmethoden, wir haben die Möglichkeiten, eben die Älteren jetzt auch durchzuimpfen, wo dann eben die Toten nicht mehr entstehen. Und dementsprechend, wenn die durchgeimpft sind, so alle über 70, dann können wir eigentlich voll wieder aufmachen. Spätfolgen noch unzureichend erforscht, aber witzigerweise jede Zeitung schreibt jetzt, oh ja, Langzeitfolgen, alles ganz schlimm und macht Panik und Angst und so weiter und so fort. Quatsch. Quatsch. Corona ganzjährig, auch Quatsch. Coronaviren gab es in der Studie, habe ich auch schon gezeigt. Gab es eben auch saisonal von Dezember bis Ende Februar, März das Ganze. Ganzjährig, warum haben wir im Sommer bei den ganzen Demonstrationen dann nicht eine Verbreitung des Viruses gesehen, beispielsweise? Also hier muss man eben auch ganz klar sagen, auch zur Saisonalität irgendetwas Genaues hier zu sagen, dass es ganzjährig wäre, ist völliger Quatsch. Weil wir hatten noch nicht einmal ein Jahr Corona hier im Oktober. Also völliger Bullshit, dann eben auch zu sagen, dass es das ganze Jahr so wäre. So. Mehr Krankenhausbehandlungen. Natürlich, wie gesagt, wenn man die Menschen eben noch nicht wirklich adäquat behandeln kann, etc. Aber hier bleiben auch die ganzen Autoren, die sowas schreiben, ist nur ein Beispiel. Ich suche nur ein Beispiel raus. Die bleiben immer irgendwelche Zahlen auch schuldig. Wie das Ganze denn dann hier ist, wenn man sich vom RKI beispielsweise die Krankenhaussachen anguckt, dann liegt es doch relativ nah beieinander. Das Einzige, was länger dauert, ist tatsächlich die Beatmung. Aber da gibt es ja auch schon Stimmen oder Studien, wo man sagt, okay, die Beatmungen wären in dem Umfang vielleicht nicht nötig. Die hat man zu früh ans Beatmungsgerät gelassen und so weiter. Wodurch natürlich dann auch wieder Keime eindringen können. Und wenn sich 500.000 Menschen im Jahr entsprechend mit einem Krankenhauskeim infizieren, wovon 15.000 versterben, kann man sich, glaube ich, ein bisschen ausmalen, was passiert, wenn man jetzt eben das ganze Krankenhaus mit solchen Leuten voll hat und die irgendwo auf den Gängen rumliegen. Gerade in den Ländern, wo, ja, auf Krankenhauskeime vielleicht sogar noch weniger geachtet wird, wenn wir dann eben nach Italien, Portugal, etc. schauen. Also das sind alles Punkte, die kann man diskutieren, wo man drauf eingehen kann, auch in späteren Videos und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man aber ganz klar auch aus der Sache wieder einmal bestätigt herausziehen, dass Zivilisationskrankheiten, die wir eigentlich vermeiden könnten durch Sport und Bewegung, schlechtes Immunsystem und so weiter, dass da eben das Gesundheitssystem weniger überlastet wäre, wenn diese Menschen eben auf sich persönlich achten würden. Dann eben der ganze Kram hier, klar, umso mehr ich die Menschen auch dann eben hospitalisiert habe, umso mehr sie eben intensiv beatmet werden müssen und so weiter, umso schwerer ist auch später die Folgeerkrankung. Aber dass jetzt irgendwelche Kinder oder Sonstiges im vermehrten Umfang dann Langzeitfolgen davon haben, die wir vorher eben nicht hatten, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass das irgendwie eine signifikante Zahl am Ende dann ist. Vor allen Dingen kann man natürlich auch dann etwas dagegen tun, diese Langzeitfolgen eben wieder auszumerzen. Man sollte den Menschen eben nur klar machen, was man tun sollte, wenn man einen viralen Infekt hatte und nicht am nächsten Tag, oh, ich habe 38 Grad Fieber, ich gehe wieder Fußball spielen. So ist es nämlich bis jetzt immer so gelaufen. Genau. Die ganzen psychologischen Sachen, die hier rauskamen, muss man natürlich auch sagen, dass die mit der Situation selber auch zusammenhängen können und so weiter und so fort. Und ich sehe, ich habe schon wieder 24 Minuten gelabert und wollte eigentlich nur eine kleine Übersicht geben. Ich hoffe trotzdem, euch haben die Punkte, die ich jetzt genannt habe, das waren, ich weiß, das waren sehr, sehr viele Punkte und nicht im Detail. Ich habe sehr viele Quellen eben auch hier unter Grippe beispielsweise noch und ansonsten habe ich hier auch über 500 Quellen an sich grundsätzlich schon gesammelt und da kann man eben dann auch alles finden. Wenn ihr euch gerne dann mit mir über einzelne Punkte unterhalten möchtet oder nicht meiner Meinung seid zu einzelnen Punkten, führe ich die gerne nochmal etwas genauer aus, weil ich natürlich nachvollziehen kann, dass man mir jetzt aus einigen Dingen auch einen Strick drehen könnte, wenn man wollte, aber dann muss man eben auch versuchen, da vielleicht mal nachzufragen, ob ich da noch andere Daten oder Quellen zu habe. Zu den meisten Dingen, die ich gesagt habe, habe ich eben noch eine Menge und deshalb ist das für mich dann eben auch ein gesamtes Bild am Ende, was sich ergibt. Also die ganze Geschichte aktuell immer noch überhaupt nicht gerechtfertigt. Ihr werdet weiterhin in Panik und Angst versetzt. Ich denke mal, das sollte mittlerweile jedem klar sein, dass das so passiert und man könnte deutlich andere Sachen machen, um die Geschichte in den Griff zu bekommen. Einige Sachen habe ich euch ja schon aufgezählt und gezeigt. Und ja, auch Sport und Ernährung, Luftfilter, Schnelltests, Voraltenheimen, Krankenhäusern, das gehört alles mit dazu und endlich mal mit dem Virus leben und dann wird das Ganze schon deutlich besser. Aber wir werden sehen, was rauskommt. Also Daumen hoch, gerne unterstützen hier unten, wenn ihr wollt, für diese Videos mit Paypal, bei Patreon könnt ihr unterstützen oder sonst wie. Ansonsten teilt dieses Video auch gerne und dann können wir darüber natürlich diskutieren.